Die Hitze nimmt kein Ende. Bei zahlreichen Stadt-, Dorf- und Straßenfesten macht sich das bei den Besucherzahlen bemerkbar. Bei Temperaturen bis 40 Grad kann man es auch kaum jemandem verdenken. Dennoch lassen sich die Organisatoren nicht abschrecken und stellen ihr geplantes Programm trotzdem auf die Beine. So zum Beispiel das 14. Ultimertreffen in Weißach. Auf dem Marktplatz kamen zahlreiche Motorräder, Autos und Traktoren zusammen und deren Fahrer hofften auf Prämierungen. In Gebersheim hatte natürlich, wie sollte es auch anders sein, der Eisverkäufer den größten Zulauf. Bei dem mittlerweile schon traditionellen Straßenfest wurde auch dieses Jahr für zwei Tage die Dorfstraße in der Ortsmitte für zwei Tage zum Festplatz.